Weiter geht's mit den Superglühwürmchen von Pyroart. Die NEM beträgt 1,4 Gramm. Das sind relativ kleine Blitztabletten. Schauen wir mal, was sie können. Als erstes zwei alleine und dann drei auf einmal. Dann zünden wir noch den zweiten. So, und jetzt zünden wir drei auf einmal. Also die Brenndauer ist fast schon lächerlich. Aber es handelt sich eben um Klasse 1. Und dafür sind sie ganz okay. Und dafür sind sie ganz okay. Also die Brenndauer sind sie ganz okay. Vielen Dank.